Hey ho, hier ist Ronja. Stellt euch vor, ihr könntet Leute belauschen, ohne dass sie es mitkriegen. Und ihr wisstet, was eure Freunde hinter eurem Rücken so über euch erzählen. Genau das hat die liebe, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, der neuen animierten Geschichte, die wir heute gucken. Let's go! Ich benutze heimlich Hörgeräte. Ähm, ich bin super gespannt. Ja, ich würde das safe machen. Ich bin voll neugierig. Ich will unbedingt wissen, was Leute erzählen, wenn sie denken, dass ich es nicht mitkriege. Wisst ihr so, du kriegst einfach alle Geheimnisse mit in deinem Freundeskreis. Du kriegst einfach alles mit. Ich fände das mega nice. Ähm, ich bin gespannt, ob sie auffliegt, wie sie auffliegt, falls sie auffliegt und ähm, sagen. Meine Mutter hat eine ernsthafte Kaufsucht. Sie versucht, es zu verbergen, aber sie spricht ständig mit ihren schicken Freunden darüber. Sie denkt, ich kann sie nicht hören, weil ich taub bin. Nun, Überraschung, ich kann es. Easy. Seit ich sieben Jahre alt war, begann sich mein Gehör zu verschlechtern. Das liegt an einer seltenen Ohrkrankheit. Als ich zehn Jahre alt war, war ich völlig taub. Wir versuchten Operationen und Behandlung, aber nichts funktionierte. Ich musste auf eine Schule für Hör- und Sehbehinderte gehen. Es war extrem traumatisch. Ich musste Gebärdensprache und Lippenlesen lernen. Glücklicherweise habe ich ein paar gute Freunde gefunden. Ich fühlte mich wirklich miserabel. Okay, das ist schön. Ich konnte nicht glauben, dass ich nie wieder Musik hören oder die Stimme von jemandem hören würde. Meine Freundin Rosi zog mich zur Seite. Sie benahm sich wirklich seltsam. Ich habe ein Geheimnis. Sie redete. Aus ihrer Tasche nahm sie ein Hörgerät. Es ist wirklich mächtig, sagte sie. Versuch es mal. Zuerst zögerte ich, aber was hatte ich zu verlieren? Zu meinem Schock. Es hat wirklich funktioniert. Ich konnte Vögel und Autos hören. Ich konnte Rosen lachen hören. Es war ein Wunder. Rosi sagte mir, ich darf sie behalten. Ich beschloss meinen Eltern, nichts davon zu erzählen. Mega nett. Hä, Rosi, MVP der Geschichte. Ja, wir lieben Rosi. Ja, Rosi ist unser bester Freund. Und sie machten sich nie die Mühe, mir eins zu kaufen. Außerdem wollte ich wissen, ob sie mir etwas vorenthalten haben. Voll gemein. An diesem Abend konnte ich hören, wie meine Eltern sich um Geld und Geldbörsen stritten. Ich verdiene das ganze Geld und du gibst es nur für Handtaschen aus, sagte mein Vater. Oh, Schatz, es kostet doch nicht so viel. Du weißt doch. Obwohl es wirklich toll war, wieder zu hören, mochte ich es nicht. Meine Eltern streiten. Aber nichts konnte mich auf die Geheimnisse vorbereiten, die ich als nächstes rausfinden würde. Ich bin mega gespannt. Ich sag's euch, ich bin so gespannt. Sogen sich meine Eltern ganz fein an. Meine Mutter zeigt sich... Die Mutter sieht aus wie eine nette Person. Ihr neues glitzerndes Designerkleid und die passenden Schuhe. Sie ging zu einem schicken Abendessen im Haus eines reichen Mannes. Mein Vater war nur ein kleiner Ladenbesitzer und meine Mutter blieb zu Hause. Woher hatten sie all das Geld? Zum Glück war ich alt genug und brauchte keinen Babysitter. Ich schaute Fernsehen, wobei der Ton auf volle Lautstärke gestellt war. Plötzlich kloppt es an der Tür. Warte, ich bekam eine Frage. Wenn du gar nichts hören kannst und deine Eltern auch denken, dass du gar nichts hören kannst, warum machst du dann Lärmbelästigung für die halbe Nachbarschaft und stellst deinen Fernseher auf die lauteste Lautstärke? Also ich hab meinen Fernseher immer auf zwölf. Und zwölf ist, denke ich mir, manchmal schon, hui, hui, jetzt ist es aber ganz schön laut mit der Hintergrundmusik. Und dann geh ich runter auf neun. Ja, stellt euch mal vor auf hundert, wie das einfach alles wegdröhnen muss. Das ist bitter. Es gibt, ich kenne noch keinen einzigen Menschen in meinem Leben, der seinen Fernseher auf hundert stellen würde. Und das ist Fakt, ja? Ein Schreck und schaltete den Fernseher aus. Das Klopfen wurde immer lauter. Ich schaute durchs Guckloch und sah eine Dame. Sie schien verzweifelt. Ich bin's Mia. Mach mir auf. Oh mein Gott, sie suchen nach mir. Ich wollte die Tür nicht offenen, aber ich tat es trotzdem. Ich hatte mein Schild in der Nähe. Ich kann dich nicht hören. Ich bin taub. Ich zeigte es ihr. Und sie schimpfte total über Handtaschen und etwas über die Polizei und darüber, wo meine Eltern waren. Sie sah so aus, als ob sie seit Tagen nicht geschlafen hätte. Ich führte sie zur Couch. Sie schien harmlos zu sein, also machte ich eine Pause und gab mir den Rest von der Pizza. Sie sagte danke, aber ich zog dir nur mit den Schultern und tat so, als wüsste ich nicht, was sie sagte. Voll nett. Im Nu war die Dame eingeschlafen. Sie schnarchte so laut. Schließlich kamen meine Eltern ins Haus. Sie stritten sich wieder. Meine Mutter sagte, wenn du nicht alles weggegeben hättest, wären wir jetzt reich. Wenn du dich an dem Plan gehalten hättest, hätte ich das nicht weggeben müssen. Was hast du weggegeben? Was hast du weggegeben? Was war der Plan? I wanna know. Mich Liebling, bist du noch wach? Ich zeigte auf das Sofa. Meine Mutter war völlig schockiert. Mia, Mia, was machst du denn hier? Mein Vater erzählte mir in Zeichensprache, dass es die Freundin meiner Mutter aus ihrer Kindheit war. Dann sagte er mir, ich soll in mein Zimmer gehen. Also tat ich es. Ich versuchte, meinen Eltern zuzuhören, was sie sagten. Als etwas tatsächlich Seltsames passierte. Mein Hörgerät fing an zu surren. Es machte seltsame Geräusche, wie ein Radio, das auf einen Sender einsteigt. Batterie leer? Habe ich Signale empfangen? Es sieht so aus, als würde Mia heute Abend aus dem Haus kommen. Ich sprang schnell auf, um ihn aus dem Fenster zu sehen. Draußen stand ein schwarzer Geländewagen. Vorne saßen zwei Männer. Es sah aus, als hätte einer ein Funkgerät. Ich konnte sie reden hören. Lass uns gehen. Wir können sie morgen einholen. Wir wollen nicht, dass sie uns sehen. Der Wagen fuhr los. Alter. Ich sah Mia und meine Eltern, wie sie zu ihrem Auto gingen. Sie öffneten den Kofferraum und nahmen fünf große schwarze Säcke heraus. Voller Geld. Oder Drogen. Ist das Geld? Die hat voll die kriminelle Familie. Holy safe. Wohl eher ein, keine Ahnung, ein insaneer Tresor, den die da verbaut haben. What? Let's go. Aber ich muss sagen, also jetzt no hate auf die Eltern. Aber der Vater und die Mutter sehen auch straight up aus wie Kriminelle. Also vor allem der Vater mit dem Outfit, was er immer hat. Er gab Stücke. Er gab einen sechsstelligen Kot ein und die riesige Tür öffnete sich. Im Inneren befand sich ein kleiner Raum. Da war Geld vom Boden bis zur Decke gestapelt. Alter. Ich habe einen großen Atemzug getan. Meine Mutter muss mich gehört haben. Sie drehte sich um, aber ich versteckte mich schnell hinter der Tür. Wirf die Taschen erstmal da rein. Den Rest machen wir morgen. Meine Eltern sagten, ich darf auf der Couch schlafen. Und in der Nacht hörte ich meinen Vater sagen, wir müssen Mia loswerden. Sie weiß zu viel. Meine Mutter war einverstanden. Oh mein Gott, sie wollen Mia umbringen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist ja die... Ich liebe die Geschichte. Ich finde die so gut. ...Mia antun. Und was sollten sie verheimlichen? Ist so. Was wollten sie verheimlichen? In den frühen Morgenstunden hörte ich einen Tumult von unten kommen. Draußen war es noch dunkel. Ich musste nachforschen. Das Geräusch kam aus dem Safe meiner Eltern. Es war Mia. Sie füllte einen Rucksack. Warte, sie haben Mia in den Safe der Eltern gestellt? Oder, 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 oder. Mia bricht gerade in den Safe der Eltern ein. Sind die wirklich Freunde? Ich meine, ist das so? Ich meine, hallo? Ich habe so viele Fragen. Ich habe so viele Fragen. Ich bin halb. Bargeld. Wahrscheinlich hat sie den Code geknackt. Sie sah mich schockiert an. Dann winkte sie zu mir. Ich war neugierig zu erfahren, was los war. Also frag dich. Was machst du da, Mia? Sie sah noch schockierter aus. Oh, du kannst reden. Ähm, ja. Kann ich. Aber immer noch nicht so gut hören. Sie sah mich an und seufzte. Nun komm her. Mia, ich erzähl dir alles. Irgendwie tat mir diese Dame leid. Sie sah völlig verloren aus, als ich auf sie zuging. Völlig ahnungslos ging ich näher an sie ran. Alter, okay. Geh nur nicht. Stopp, stopp, stopp. Jetzt bringt Mia sie um. Oder Mia tritt sie. Mia schlägt sie bewusst los. Sie hat ihre Tarnung aufgegeben. Erster Fehler. Ich meine, gut, du hast immer noch gesagt, du kannst nicht gut hören. Meinetwegen. Aber dann bist du darauf eingegangen, dass sie dir alles erzählt. Kann die Zeichensprache? Nein, ich denke nicht. Ah. Erstoß, stieß sie mich in den Safe und schloss die Tür. Das wusste ich. Das war klar. Mia ist doch böse. Guck dir die an. Ich meine, hallo, Freundin von der Mutter. Ja, ist klar. War schon schalldicht. Ich fing an zu klopfen und zu treten, aber nichts. Es war wirklich hart. Alter. Zum Glück war im Inneren ein kleines Licht. Ich war vom Bargeld und schwarzen Taschen umgeben. Ich schrie und brüllte, aber niemand hörte mich. Dann fing mein Hörgerät wieder an, zu kratzende Geräusche zu machen. Wo ist Mia? Hörte ich mein Vater sagen. Irgendwie fing mein Hörgerät die Frequenzen aus dem Inneren des Hauses auf. Da ist sie. Lauft, holt sie euch. Ich konnte hören, wie sie aus der Haustür rannten, aber es war zu spät. Oh mein Gott. Mia konnte entkommen. Mit dem Fluchtwagen. Wie soll ihr das dem Chef erklären, Stefan? Wer ist der Chef? Ich habe keine Ahnung. Mia war deine Angestellte. Ich verstand nicht ganz. Meine Mutter hatte eine Angestellte? Sie ist entweder ständig einkaufen oder schaut ihre Lieblingsserien im Fernsehen. Du wirst es ihm erklären müssen. Ich mache deine Drecksarbeit nicht. Du wurdest gierig und jetzt musst du dafür bezahlen. Meine Mutter stapfte ins Schlafzimmer, während mein Vater ihr folgte. Ich schrie wieder und hoffte, dass sie mich hören würden, aber sie hörten mich nicht. Ich steckte diesen Safe fest. Was hätten meine Eltern denn gemacht, wenn ich vermisst wurde? Mein Hörgerät verstummte. Ich sah mich um. Es waren wahrscheinlich mehr als eine Million Dollar bar hier drin. Die schwarzen Taschen waren fest verschlossen. Ich war neugierig, was drin war. Gerade als ich eine öffnen wollte, erschien wieder das seltsame Summgeräusch. Jemand sagte, Mia ist Autos nicht mehr da. Ich sage, wir statt den beiden... Aber warte, sie ist gar nicht im Fluchtwagen weg. Ich dachte, das wären ihre Komplizen da. Das waren wieder die beiden Typen in dem schwarzen Geländewagen. Durch mein Hörgerät konnte ich hören, wie die beiden Typen durch unsere Haustür stürmten. Meine Mutter schrie vor einsetzen. Wo ist unsere Ware? Okay, okay, Stefan. Menschenhandel. Okay, Menschenhandel. Unsere Ware. Heißt, sie wollten die Mia verkaufen. Oder sie meinen die schwarzen Säcke und da sind Diamanten-slash-Drogen drin. Mach doch mal so einen Sack auf. Jetzt mach doch mal so einen Sack auf, Mann. Wir wollen alles, was Mia gemacht hat. Hört ihr? Glaubt nicht, dass ihr uns austricksen könnt. Zeigt uns das Zeug. Ich konnte hören, wie mein Vater die beiden Jungs zum Tresor führte. An diesem Punkt geriet ich wirklich in Panik. Ich beschloss, mich hinter den Taschen zu verstecken. Die werden sie doch nehmen, ist doch klar. Guck halt rein. Schob die beiden Jungs mit mir hinein. Ich schrie, als einer der beiden Jungs auf meinen Fuß trat. Es ging alles so schnell und ehe ich mich versah, schloss mein Vater den Safe wieder zu. Alter. Da war nur ich und die beiden Jungs drin. Chance für Choke. Da muss man doch auch mal aktiv vorspringen und sagen, hier, Eltern, rettet mich. Die blöde Mia hat mich in den Safe gesperrt. Nein? Die Tür getreten und die Säcke fielen von meinem Körper. Sie haben mich nicht einmal bemerkt. Dann schrie ich, hört auf damit. Ich weiß nicht, was über mich kam, aber ich hatte es satt, ignoriert zu werden und ich hatte keine Angst mehr. Die beiden Typen bekamen einen großen Schrecken. Ich habe noch nie in meinem Leben zwei erwachsene Männer gesehen, die mehr Angst hatten. Ich hörte meine Eltern wieder durchs Hörgerät. Stefan wird mit der Menge an Waren, die wir für ihn haben, nicht glücklich sein. Er will mehr und wir können ihn nicht lange eingesperrt lassen. Stefan ist ganz oben in der Nahrungskette. Stefan ist der Boss-Boss. Jedenfalls der höchste, von dem wir wissen. Die Mutter und der Vater sind so die Zwischenmänner. Und die haben dann noch ihre Angestellten. Mia ist ganz unten in der Nahrungskette. Das heißt, die hat noch zwei Gläubiger quasi seitlich davon. Ist das richtig? Ich denke. Ich nehme an, Drogenhandel wäre jetzt mein bester Guest. Aber dann frage ich mich halt, was für Waren. Deswegen ist jetzt Drogenhandel trotzdem mein bester Guest. Ja, da können wir nichts produzieren. Sie ist die Einzige, die genau das kopieren kann. Worüber sprachen sie? Was kopiert sie? Okay, 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 neue Information. Was kopiert sie? Falschgeld. Falschgeld? Die Ware ist wahrscheinlich in diesen schwarzen Taschen. Die beiden Jungs starrten mich an, als ich die schwarzen Taschen, die aus Mias Auto kamen, aufriss. Einer von ihnen fing sogar an zu beten. Er dachte wirklich, ich sei ein Geist. Ich machte Buu und er gab einen schrillen Schrei von sich. Das Geheimnis war ein Haufen Handtaschen, hergestellt aus glänzenden Steinen. Und schönen Stoffen. Die Augen von Stefan und seinem Freund waren weit geöffnet. Zum ersten Mal verstand ich die Besessenheit meiner Mutter von Designertaschen. Ah, lol. Sie waren wirklich prächtig. Stefan brach sein Schweigen und fragte mich, wo ich die Handtaschen gefunden habe. Schließlich ergab alles einen Sinn. Mia war diejenige, die billig Designerhandtaschen herstellte. Meine Eltern verkauften sie wahrscheinlich an Stefan, der sie dann auf dem Schwarzmarkt verkaufte. Sie waren völlige Betrüger. Ich konnte meine Mutter sagen hören, wir müssen sie jetzt rauslassen. Ich beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und spielte mit ihrer Illusion mit. Ich setzte eine Geisterstimme auf und rief, Mia ist die Richtige. Lassen Sie die Leute in Ruhe. Kommt nie wieder zurück. In dem Moment kam meine Mutter und öffnete die Tresortür. Hi! So öffne ich auch immer Tresortüren übrigens. Kleiner Funfact. Wer das anders macht, der liegt einfach falsch. Als meine Eltern die Eingangstür schlossen, tat ich so, als wäre ich gerade aufgewacht. Hallo Schatz, hast du gut geschlafen? Ich nickte und tat so, als würde ich mir den Schlaf aus den Augen reisen. Sie hat immer noch ihre Geschichte so, ich kann nichts hören, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. All ihre Geheimnisse durch mein leistungsstarkes Hörgerät gehört habe. Krass. Und an diesem Morgen fragte ich meine Eltern, ob ich ein solches Hörgerät bekommen konnte. Aber sie sagten, nein, es ist zu teuer. Ich konnte nicht glauben, dass sie mir ins Gesicht... Alter, Alter, die Eltern bunkern eine Million Euro oder so. Und so, nee, ein Hörgerät leider nicht. Naja, schade, bist du halt behindert, kannst du halt nicht hören. Bitte, aber wir haben leider kein Bargeld mehr. Nee, 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 nee. Ich wusste, wie viel Geld sie in diesem Safe versteckt hatten. In der Schule gab ich Rosis Hörgerät zurück. Vielleicht war es besser, dass ich nichts von den geheimen betrügerischen Geschäften meiner Eltern wusste. Jetzt ist eh schon zu spät, jetzt weißt du davon. Jetzt kannst du auch das Hörgerät behalten. Warum gibst du das zurück? Kannst du nicht... Okay, besserer Plan. Du gibst Rosi ihr Hörgerät zurück, fragst, was das für ein Modell ist und wo du eins herkriegst, klaust ein bisschen Geld aus dem Safe und kaufst dir selber eins. Zwei Theorien. Oder vielleicht sollte ich etwas Geld aus dem Safe nehmen, ohne dass sie davon wussten und das Hörgerät selbst kaufen. Oh mein Gott. Ich habe viel von dieser Geschichte gelernt. Ich mag die Schlussfolgerung, zu der sie gekommen sind. I love it, okay? Was für eine gute Geschichte. Oh mein Gott. Ich muss sagen, seit langem ist das die beste animierte Geschichte, die wir geguckt haben. Die ist so gut. Du hast die Spannung, du weißt nicht, worum geht's. Du musst miträtseln. Du hast den Plottwist mit der Mia, wo du denkst, sie ist böse und mit den anderen Leuten... Klar, ist ein bisschen konfus, aber oh mein Gott. So gut. I love it. Okay, wenn ihr mehr so animierte Geschichten sehen möchtet, dann verlinke ich euch hier eine Endcard gleich, wenn es kommt. Die ganze Playlist. Da haben wir uns super viele von diesen Geschichten schon angeguckt. Locker 30 oder so. Und ansonsten abonniert gerne diesen Kanal. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Musik. 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 Buy.